Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sind an einem weiteren Einfamilienhaus drin. Ja, das Dorf wächst langsam. Wir bauen hier überall Häuser hin, wo noch Platz ist. Ich könnte auch fast wetten, dass hier hinten auch noch irgendwann ein Haus hinkommt, wo gerade unsere Planeeraub besteht. Aber sehen wir dann. Wir sind gerade hier bei dem Haus und fehlt nicht mehr ganz so viel. Ich denke mal, wir sind hier bald fertig mit dem Auftrag. Aber wir haben noch ein bisschen was zu platzieren mit unserem schönen Schnelleinsatzkran, weil Turmdrehkran ist es ja glaube ich nicht. Ich sage immer Turmdrehkran dazu, aber ich glaube, der heißt Schnelleinsatzkran eigentlich. Aber ihr wisst ja alle, was gemeint ist. Ich will gerade nochmal nachschauen. Turmdrehkran, Schnelleinsatzkran, ja. Schnelleinsatzkran, ja. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Ihr wisst alle, was gemeint ist. Jedenfalls haben wir hier noch ein paar Teile zu platzieren. Und damit machen wir jetzt auch direkt weiter. Ist jetzt auch ein neuer Aufnahmetag für mich. Da sieht man wieder daran, dass wieder alle möglichen Rundumleuchten im Spiel aus sind. Ich habe jetzt auch sowieso mal eine dreitägige Aufnahmepause mir mal gegönnt. Ja, was heißt Pause gegönnt? Vorher richtig reingeklotzt, dass ich hier noch viele Folgen zusammenkriege für die drei Tage, die ich mir mal freigenommen habe. Weil Katrini hat auch frei Samstag, Sonntag, Montag. Und da haben wir natürlich ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und ich habe mir dann halt hier mal einfach eine Aufnahmepause gegönnt für die drei Tage. Jetzt geht es aber weiter. Wir haben heute Dienstag, an dem ich aufnehme. Die Folge kommt dann schon am Mittwoch raus, sehr wahrscheinlich. Aber so ist der Plan. Ich hoffe mal vom Uploaden her oder vom Hochladen komme ich da noch hinterher. Ist alles momentan so ein bisschen schwierig. Eigentlich wollte ich ja auch am Mittwoch streamen. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie zeitlich hinbekomme. Ja, wenn ihr diese Folge seht, haben wir schon Mittwoch. Es ist schwierig momentan. Schwierig momentan. Ich habe auch am Mittwoch wieder ein Arbeitsamtgespräch. Ja, da freue ich mich natürlich überhaupt nicht drauf. Deswegen ich auch nicht weiß, ob ich überhaupt dann noch die Laune habe. Selbst wenn ich genug Material zusammen habe, ob ich dann noch Laune habe irgendwie zu streamen. Wir schauen einfach mal. Ich habe jetzt... Oh, ich komme da oben gar nicht dran. Ja, super. Ich komme mir da oben gar nicht mehr dran. Ich habe jetzt noch keine Ankündigung geschrieben, weil wenn ich streame, dann werde ich wahrscheinlich spontan streamen. Ich muss gucken, wie viel Material ich zusammen habe und was meine Laune macht dann. Im Stream kriege ich zwar immer dann wieder gute Laune, aber ich muss mal gucken. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob ich genug Videomaterial zusammenkriege, weil wenn ich streame, kann ich nicht aufnehmen. Dann fehlt mir vielleicht die Zeit dafür. Und wir haben bald Weihnachten. Das heißt, da will ich auch wieder ein paar Tage frei nehmen. Das heißt, am 24. 25. bin ich eh nicht zu Hause. 26. Mal schauen dann. Da ist Katrin hier aber auch zu Hause, also werde ich da auch nicht aufnehmen können. Deswegen, da muss ich noch einiges vorproduzieren. Da ist noch einiges auf meiner Liste, was ich gerne machen würde, damit ihr an Weihnachten euch nicht langweilt, falls ihr zu Hause seid. Oder vielleicht seid ihr auch nicht den ganzen Tag irgendwie bei der Familie, sondern nur abends, was weiß ich. Und dann braucht ihr auch ein bisschen Beschäftigung. Oder? So ist das. Genau. Ja. Deswegen wird das fleißig aufgenommen. Ich habe einen straffen Tagesplan heute. Und morgen, wie gesagt, mal gucken. Vielleicht habe ich auch morgen nach dem Gespräch gar keine Interesse mehr irgendwie aufzunehmen. Oder? Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich da irgendwas Blödes wieder auf dem Arbeitsamt aufgebrummt, was ich noch an dem Tag erledigen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe keine Ahnung. Wir fahren mal ein bisschen mit unserem Teleskopladen hier durch die Gegend. Ich liebe dieses Fahrzeug ja einfach abgöttig. So. Ich finde es einfach klasse. Ich finde es einfach klasse. Gut. Da haben wir noch die eine Palette drauf. Oh. Falsche Taste. Ich wollte eigentlich Taste K drücken, aber habe es nicht gescheit gesehen wegen meinem Mikrofon. So. So, so, so. Ich habe immer gerade so die Paletten, wie ich das Spiel nicht haben will. Aber irgendwie es akzeptiert es trotzdem immer. Es schnickt mich zwar ein bisschen arg durch die Gegend dann. Aber passt schon irgendwie. So. Paketdeckenelemente. Holzrahmen. Die muss ich jetzt extra nochmal liefern. Okay. 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 Die habe ich noch nicht hier. Ja. Fahren wir wieder mit dem LKW würde ich sagen. Beziehungsweise fahren wir oder machen wir die Schnellreise hin. Ja genau. Das ist beim Sägewerk. Dann machen wir die Schnellreise hin und fahren wir wieder zurück. So haben wir es ja auch glaube ich in den letzten Folgen gemacht. Schnellreise hin. Fahrt zurück. Ich hoffe ich habe die wirklich jetzt noch nicht geliefert. Nicht dass ich die schon wieder auf dem Grundstück stehen habe. Und ich weiß es nur einfach nicht mehr. Weil Bausimulator nehme ich eben nicht ganz so oft auf. Ich nehme das meistens am Stück auf. Dann habe ich 4, 5, 6, 7 Folgen oder so. Dann habe ich das fleißig hochgeladen. Dann spiele ich 5, 6, 7 Tage halt kein Bausimulator mehr. Dadurch vergisst man halt sehr viel. Sonst müsste ich jeden Tag aufnehmen und da habe ich irgendwie auch nicht so. Lust eben drauf jeden Tag Bausimulator stundenlang zu spielen. Das muss auch nicht sein eben. Aber gut nach. Ich weiß nicht wie viele Stunden Bausimulatoren ist halt dann auch mal so ein bisschen die Interesse ein bisschen gedämpfter. Es macht zwar immer noch Spaß, aber ich spiele es halt dann meistens. Oh Glückwunsch, das ist ein Meistern vollständig abgeschlossen. Das ist natürlich gut. Ich spiele halt Bausimulator meistens dann hier am Stück mal ein paar Stunden und dann spiele ich andere Titel in der Zeit. Ich habe ja noch den Abrissprofi und Fernbusimulator wird sich noch mehr gewünscht. Und als City Bus Manager, ja, weiß ich nicht. Ich spiele es immer noch gerne. Ich spiele es immer noch gerne. Ja, aber es ist halt so ein Projekt, welches sich eigentlich kaum auf meinem Kanal lohnt momentan. Also wirklich wenig, wenig Fuse im Vergleich zum Bausimulator und Abrissprofi. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den Slot irgendwie tausche und dafür The Bus und Fernbus Simulator irgendwie dann spiele zur Nachmittagsstunde quasi für euch. Muss ich schauen. Muss ich schauen. Weil eigentlich, wir haben ja im City Bus Manager fast alles gesehen. Es geht jetzt halt wirklich nur darum, ein Liniennetz weiter ausbauen und neue Linien halt erstellen. Zu forschen haben wir auch nicht mal ganz so viele gehabt in dem Titel. Deswegen ist halt jetzt an die meisten Folgen wahrscheinlich nur noch das Gleiche. Ich meine, wenn es euch gefällt, gerne weiter. Aber ich bin mir da halt nicht so hundertprozentig sicher, ob es gefällt. Gerade wenn die Fuse halt nicht ganz so hoch sind, kann man das nicht gut rauslesen. Ähm. Ansonsten würde ich nämlich bald mit dem Titel es so machen, dass ich erstmal warte mit dem Aufnehmen, weil es ja ein Early Access Titel. Über Weihnachten wird halt jetzt nicht mehr wirklich was passieren. Die sind glaube ich schon im Weihnachtsurlaub. Die drei Brüder, die das programmiert haben. Aber dass wir dann halt im nächsten Jahr da wieder reinschauen, wenn es irgendwie Content Updates gibt oder oder oder. Oder ich spiele es halt einfach die ganze Zeit weiter. Deswegen weiß ich es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich spiele es eigentlich total gerne, aber ich weiß halt nicht, ob es so interessant noch ist im Let's Play dann. Ich nehme mir die Vorfahrt. Ich bin der größere. So. Ich bin total überrascht, dass der Fernbus-Simulator so extrem gut auf dem Kanal ankommt. Ich meine, das ist ein wunderbares Spiel. Macht auf jeden Fall richtig, richtig, richtig Bock. Ähm. Mir macht es sogar persönlich, muss ich sagen, mehr Bock als The Bus. The Bus ist zwar ein wunderbares Bus-Spiel, aber da hast du halt ganz normale Stadtrouten, nur die du fährst. Ja, du eierst die ganze Zeit durch die Stadt, hast die ganze Zeit viel Verkehr um dich rum und hast einen extrem straffen Zeitplan. Im Fernbus-Simulator bist du halt viel auf Landstraßen und Autobahnen unterwegs und hast trotzdem noch dafür große Stadtgebiete. Das heißt, da ist alles schön gemischt drin. Du hast coole Busse dabei und und und. Ähm. Das Ding hat auf jeden Fall schon was. Ich finde deswegen, für mich persönlich ist das sogar ein bisschen interessanter als The Bus. Aktuell. Ja, weil aktuell gibt es ja halt nur die Berliner Route für The Bus. Aber jetzt, ähm, kommen ja langsam die Modding Tools zum Vorschein und dann kann man natürlich auch neue Strecken, glaube ich, erstellen und neue Busse und so weiter und so fort. Ja, vielleicht wird dann auch mal die eine oder andere Überlandstrecke erstellt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendein User wahrscheinlich machen wird. Ähm. Aber dann sieht es auch schon wieder anders aus. Bin ich mir ganz sicher. Ich liebe nämlich so Überlandstrecken. Auch schon damals zu Omsilzeiten. Ich habe ja Bad Hügelsdorf oder wie das hieß. Da ist man ja auch sehr, sehr viel auf, boah, wie das Gewicht gerade hinten wieder drückt, sehr, sehr viel auf Landstraßen unterwegs und finde ich einfach cool. Erinnert mich so ein bisschen an meine Gegend halt. Da ist man auch viel Landstraße unterwegs und nicht die ganze Zeit in der Stadt. Die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Sagen wir es mal so. Fahre ich hier eigentlich richtig? Ja. Die Minimap hat gerade irgendwie nichts angezeigt. Aber wir sind die Route hier ja schon öfters gefahren. Jetzt wieder über den Staunamm drüber. Dann sind wir auch normalerweise gleich schon da. Wieder mal Nachtschicht. Thermos Simulator ist halt die KI auch eine coole Sache, weil die einfach realistisch dumm ist. Die ist einfach realistisch dumm. Und dadurch ist es natürlich auch ganz cool. Klar, in the Bus ist ja auch realistisch dumm. Ja, aber das ist halt Stadtverkehr. Keine Ahnung. Finde ich es nicht so interessant wie jetzt auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Oder wenn man da plötzlich mit einem Stau rechnen muss oder Baustellen da sind. Finde ich schon wieder eine ganz andere Hausnummer. Da muss ich hin. Falsche Markierung. Ja, der Blitzer. Wir kennen ihn ja schon. Ich weiß zwar nicht, warum ich da immer geblitzt werde. Ich hatte gerade nur 50 ungefähr drauf, aber der blitzt halt gerne. Vielleicht darf man hier auch nur 30 fahren. Aber wen interessiert es? Wen interessiert es, wenn man 10.946.176 auf dem Konto hat, interessiert einen. Doch kein Blitzer. Sind wir doch mal ehrlich. Selbst wenn du den Führer schon abgeben musst. Mein Gott. Dann lässt du dich halt mal ein paar Wochen lang chauffieren. Das ist doch scheißegal. Ja. Deswegen, da braucht man sich nicht wundern, dass so Millionäre irgendwie auf alle Gesetze und Regeln scheißen, weil, mein Gott, du hast nichts zu befürchten. Das ist ja wirklich so. Ähm. Ja, ich habe natürlich hier alles so wunderbar zugeparkt. Erinnert mich so ein bisschen jetzt gerade an die Straße bei mir zu Hause. Was ich ständig mit dem Auto durch so Sachen durchquetschen muss. Und dann kommen die Autos entgegen. Da muss man sich die ganze Route wieder rückwärts zurückquetschen. So, aber den muss ich jetzt mal wegfahren. Den muss ich jetzt mal wegfahren. Als ich mich mit dem LKW da hinstellen kann, dann kann ich mit dem Kran das wahrscheinlich entladen. Wobei, es wird schwierig, mit dem kleinen Kran da dran zu kommen, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Aber ich versuche es auf jeden Fall. So, dann bin ich auf jeden Fall weit genug weg. Dann bin ich auf jeden Fall weit genug weg. So, wir müssten mal mal wieder im ETS so einen Schwertransport machen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Die finde ich halt im ETS richtig cool umgesetzt. Müssten wir auch eigentlich mal wieder reinschauen. Auf jeden Fall. Ich komme auch nicht auf die weiße Verladungsfläche drauf. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Aber ich glaube so, da bin ich noch nicht in der hellblauen Markierung drin. Und mit dem Auflieger ziemlich weit an der Seite. Da komme ich halt leider nicht drauf. Da sind die Pallonen und da stehen andere Sachen davor. Sonst würde ich da einfach drauf fahren. Aber wir haben hier unseren Schnelleinsatzkran. Ja, ich versuche mir das jetzt mal anzugewöhnen, nicht mehr Turmdrehkran dazu zu sagen, sondern Schnelleinsatzkran. Wo da der Unterschied ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, bei dem Turmdrehkran, da dreht sich der Turm nicht mit. Bei dem ganz Großen. Da dreht sich ja nur oben der Kran quasi. Vielleicht ist das der Unterschied. Ich habe keine Ahnung, nicht vom Fach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt halt auch noch für den Fernbus-Emulator so, so viele DLCs, die ich mir halt auch noch gern besorgen würde. Aber das ist natürlich einiges an Geld, was da dann doch noch zusammenkommt. Kostet alles zwar nicht ganz so viel, diese ganzen DLCs für den Fernbus-Emulator. Aber am Ende hat man doch eine ganz schöne Summe. Muss ich mal schauen, wann ich mir das leisten kann. Und dann gucken wir uns das auch alles noch an. Wir müssen ja auch noch nach Usedom fahren und was weiß ich, wohin Luxemburg hat. Gab es ja als kostenloses DLC. Und was weiß ich. Müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen dann. Dass wir da noch ein bisschen durch die Gegend kurven. Hätte ich Bock drauf. Ich hoffe ja auch und ich denke ja auch. So, ich soll den Bereich räumen. Ja, dann muss ich den Auflieger hier gerade mal ein bisschen wegfahren. Das ist gar kein Thema. Habe ich schon mit gerechnet. Habe ich mit gerechnet. So, Dachelemente, Holzrahmen platzieren. Das sind Riesenelemente, habe ich gerade gesehen. Oder ja, das sind wieder diese typischen. Alles klar. Weiß ich Bescheid? Dann weiß ich Bescheid. Oder ist es wirklich nur eins? Ist es wirklich nur eins? Haben wir da jetzt wirklich das komplette Dach auf dem Boden aufgebaut und heben das jetzt hoch? Ja. Okay. Das ist aber, ich glaube es sind zwei Teile, die hier oben drauf kommen. Ja, genau. Wusste ich doch. Habe ich es doch schon mit meinem bloßen Auge erkannt. Genau, das eine Teil liegt hinterm Haus. Wir haben die ganzen Materialien vor das Haus gestellt und dann wurde es hinterm Haus auch zum Teil aufgebaut. Alles klar. Ne, gibt total Sinn. Aber das will man machen. Warum wir nicht einfach das Material hochgehoben haben und man hat es oben aufgebaut? Keine Ahnung. Egal. Egal. Kleinigkeit. Bausimulator-Kleinigkeit. Wo man sich wieder drüber wundern kann, aber nicht muss. Und dann klingelt mein Handy wieder mal im Hintergrund. Das ist aber irgendwie immer so. Ich versuche es da meistens dran zu denken, dass ich den Ton ausschalte. So. Ton wieder aus. Aber meistens vergesse ich dann doch irgendwie. So. Übrigens gibt es auch ein kleines Update. Ich habe jetzt Insider-Informationen bekommen zu der Autobahn, wo ich vor ein paar Folgen erzählt habe. die neu gemacht wurde und jetzt in einem schlimmeren Zustand ist als vorher. Anscheinend war da irgendeine Maschine kaputt oder irgendwas hat mit dem Asphalt nicht gestimmt. Mit der Mischung oder was weiß ich. Und deswegen hat sich alle vier Meter auf der Autobahn quasi eine Welle gebildet. Auf der linken Spur. Und jetzt rechnet euch mal. Ich glaube, der Abschnitt ist so um die fünf, sechs Kilometer lang. Und rechnet euch da jetzt alle vier Meter eine Welle auf die Autobahn. Und dann fahrt da mal schnell drüber. Könnt ihr euch denken, wie viele Wellen da drin sind? Und warum das Auto dann irgendwann sich so dermaßen ausschaukelt? Ja, die komplette Autobahn soll jetzt anscheinend nächstes Jahr nochmal abgefräst werden. Ich glaube, um die 50.000, 60.000 Euro übernimmt dafür die Firma, die die Baustelle neu gemacht hat. Und der Rest wird vom Steuerzahler bezahlt. Ja, ich denke mal, der Steuerzahler wird dafür wieder Hunderttausende hinblättern müssen. Für was, was eigentlich eine Firma verbockt hat. Mich wundert es ja, dass sowas irgendwie nicht vorher auffällt. Ich meine, das sind fünf, sechs Kilometer. Die hast du ja nicht so schnell gemacht. Da muss man doch irgendwie sich drin mal kontrollieren, ob das passt, was man macht. Aber anscheinend nicht. Aber ehrlich gesagt, als Unternehmen würde ich es genauso machen. Es ist auch weiter und fertig gebaut. Und dann am Ende, ja. Wir übernehmen 50.000, 60.000 Euro davon und dann muss der Staat mir nochmal 200.000, 300.000 Euro vielleicht bezahlen für den Rest. Habe ich ja im Endeffekt wieder Gewinn gemacht und habe einen weiteren Auftrag mir an Land gezogen dafür, dass ich heiße gebaut habe. Wie viel es am Ende wirklich kostet, keine Ahnung. Aber ich wechsle auf jeden Fall hier gerade mal auf den Morgen wieder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Autobahnreparatur mit kompletter linker Spur abfräsen, ich weiß auch nicht, ob die rechte Spur nochmal mit abgefräst wird, dass das ein bisschen mehr kostet als 50.000 Euro. Ich denke mal, da wird der Steuerzahler schon wieder ganz, ganz, ganz viel für hinblechen müssen, für irgendwie, ja, keine Ahnung, für irgendeine Kacke wieder. Aber gut. So, wir haben auf jeden Fall ein weiteres Haus hier abgeschlossen. Ich würde gerne in den Fotomodus wechseln. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie mit Steuergeldern umgeschmissen wird. Aber wehe, man will als kleiner Bürger mal so ein bisschen Unterstützung vom Staat haben. Das ist dann wieder eine ganz andere Sache. So, schönes Haus auf jeden Fall. Passt hier gut hin, finde ich. Obwohl es schon ein bisschen groß ist im Vergleich zu den anderen Häusern. Wobei, hier auf der Seite geht es. Auf der anderen Seite sind es mehr so kleine Bunkerlows. Ja, dann haben wir da auf jeden Fall einen weiteren Auftrag abgeschlossen. Wir hätten jetzt hier eine Verkehrsstraße, die wir reparieren sollen. Weiß ich aber nicht. Wir haben aber hier noch ein Ferienhaus und hier noch ein Hausanbau. Ich bin ja momentan voll so hier in Dorfstimmung. Ich hoffe, es stört euch nicht so arg, wenn ich jetzt hier das Dorf nur ausbaue. Aber wir haben halt gerade wirklich die Maschinen da. Die haben die Maschinen da und außerdem finde ich es cool. Man sieht, wie das Dorf immer mehr wächst. Und sowas hatte ich mir als DLC gewünscht. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier direkt mal weiter mit dem Ferienhaus. Es sieht schön groß aus. Gefällt mir sehr. Auftragsumfang. Lass mal wieder auf hoch, würde ich sagen. Geschätzter Gewinn wieder über eine halbe Million Euro. Dauer ganze fünf Sanduhren. Ja, wir wissen ja, was das bedeutet. Ansonsten, wir brauchen nur wieder diese standardmäßigen Maschinen. Die haben wir ja eh schon fast alle hier. Das heißt, ich würde sagen, wir legen direkt damit los. Also ich habe Bock drauf. Ich hoffe ja, ihr auch. Ja, ich hoffe ja auch. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich hier jetzt wirklich erstmal im Dorf diese Aufträge abschließe, wenn ich schon da bin. Verkehrsstraße können wir dann auch vielleicht nach dem Haus mal wieder machen. Aber dafür habe ich halt die Maschinen nicht da. Aber wäre auch schnell erledigt. Es sind nur zwei Bauabschnitte. Wahrscheinlich einmal abfräsen, einmal Asphalt draufschmeißen oder so. Wird wahrscheinlich nichts Wildes sein. Oder theoretisch können wir den Auftrag auch schon mal uns ansehen und können den vielleicht auch schon mal annehmen. Straßensanierung, okay, ist so gar nicht mal abfräsen. Ist einfach nur Asphalt auftragen. Ja, okay, das können wir vielleicht zwischendrin noch irgendwie machen. Ich nehme den Auftrag mal an. Das können wir zwischendrin machen. Das ist wirklich nur Auftragsumfang hoch. Wir müssen nicht mal abfräsen. Wir müssen einfach nur mit dem Schwarzdeckenfertiger da drüber fahren. Das könnte man theoretisch jetzt auch erstmal zuerst machen, oder? Das könnte man auch erstmal jetzt machen. Ich will gerade mal schauen, welche Maschinen oder welche LKW sich hier rumstehen hatte. Auf dem Firmengelände. Ja, ich glaube, damit können wir den Schwarzdeckenfertiger sogar transportieren. Oder ist es der falsche? Es kann auch sein, dass es der falsche Auflieger ist. Ich mache es gerade mal anders. Ich glaube, den hatten wir dafür, weil der hat die große, nicht ganz so steile Rampe. Den lagere ich gerade mal ein. Und lagere den gerade mal aus. Und dann tun wir den Schwarzdeckenfertiger gleich mal auslagern. Und er müsste dann auch hier oben auf dem Firmengelände sein. Genau, da steht er. LKW. Ich weiß jetzt nicht, welcher LKW da vorgespannt war. Da hätte ich... Ich hätte vielleicht doch die Schnellreise machen sollen. Hätte den LKW gleich mitnehmen können. Aber egal. Holen wir jetzt den schnell einfach mal her. Ich weiß nämlich nicht mehr, welcher da vorgespannt war. Der anscheinend. Der steht nämlich so einzeln da rum. Der steht so einzeln hier rum. Dann bringe ich den mal ganz schnell hier oben zum Firmengeländer. Hier im Geländer. Und dann würde ich sagen, machen wir erst mal schnell die Straße. Hatten wir jetzt lange nicht mehr. Ist ja nicht mal abfräsen. Ist ja wirklich einfach nur Asphalt auftragen. Thema erledigt. Mehr ist es nicht. Ich würde halt gern die Maschine dahin transportieren. Lassen wir das wenigstens dabei haben bei dem Auftrag. Dann haben wir das wenigstens dabei. Jetzt sind wir ja ganz so schnell rum. Weil ich denke nicht, dass ich Asphalt jetzt im Kieswerk holen werde. Na, löst auch irgendwann mal die Bremsen jetzt. Weil es ist mir dann wieder zu viel Fahrerei, ehrlich gesagt. Weil dann müssen wir wieder hier das Kurve runter machen. Bis da unten hin. Und da habe ich irgendwie keine Lust. Keine Lust gerade. Aber ich mich ja so oder so das alles ein bisschen durch. Alles klar. Wieder zu früh ausgestiegen. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Wenn man zu früh aussteigt, dann hört die Rampe auf auszufahren. Ist ja sowieso so. Die Fahrzeuge sind halt nur eigentlich bewegliche Objekte, wenn man eingestiegen ist. Sobald man aussteigt, sind das statische Objekte. Kannst du rammen, wie du willst. Kannst du mit 500 Sachen mit deinem LKW dagegen fahren. Die stehen einfach bombenfest da. So. Sichern ist gesichert. Dann können wir die Rampe wieder einfahren. Und dann fahren wir die paar Meter schon mal hin. Dann sind wir auch gleich schon da. Ist mir noch nie aufgefallen, dass der hinten auch zwei Rundumleuchten dran hat, dieser Hänger. Aber gut. Passt schon ganz gut. Passt schon ganz gut. Ich bin total gern hier im Dorf unterwegs. Ich glaube, das merkt man. Ich glaube, das merkt man. Ich müsste vielleicht auch dann mal gucken, dass der Verkehr wieder durch die Dorfstraße durchfließen kann. Weil ich könnte mir denken, dass es sich da hinten vielleicht etwas staunen wird. So, die Person wird wahrscheinlich gleich in seinem Auflieger durchlaufen. Ne, ich habe es gerade noch weggeschafft. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja, ich habe es geahnt, dass sich da oben ein Stau bilden wird. Deswegen werde ich da jetzt gleich erstmal die Fahrzeuge ein bisschen zur Seite schaffen, damit sich dieses Chaos hier nicht weiter fortbilden kann. Ja, ich habe hier halt alles wirklich mitten auf der Straße noch stehen, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, wir haben hier gleich einen weiteren Hausbau. Aber gut. Ist jetzt doch an anderer Stelle erstmal. Wo war denn der andere Auftrag? Der ist hier unten. Vielleicht kann... Okay, dann kann ich auch da vorne rumfahren. Ich wollte gerade wenden, weil ich gedacht habe, die andere Richtung ist schneller. Aber nö. Dann fahren wir schon mal den Betonbächer zu der nächsten Hausbaustelle hin. Den werden wir da sicher brauchen. Den werden wir da sicher brauchen. Dass ich den Verkehrsstau da mal ein bisschen lösen kann bei der anderen Hausbaustelle. So, ich habe natürlich wieder so einen Wendekreis, der total bescheuert ist. Deswegen komme ich hier nicht um die Kurve, wenn der da steht. Ich verstehe halt nicht, warum das bei den Fahrzeugen so ist. Ich meine, klar, die sind ein bisschen länger als die europäischen oder typisch europäischen Fahrzeuge. Aber hier, der Betonbächer hat drei lenkende Achsen. Und irgendwie kommt man trotzdem total schlimm um Kurven. Total schlimm um Kurven. So, Blinker mal ausgemacht. Den hatte ich leider noch an. So, ja, Stoppschild. Aber wenn keiner kommt, darfst du fahren. Gut, wenn einer kommt, das ist ein Unfall passiert. Aber der andere blinkt ja. Der andere blinkt ja. So. Da sind wir auch gleich schon da. Oh, ich wette mit euch. Ich wette mit euch. Hier bauen wir irgendwann noch eine Straße hin. Das sieht genauso aus wie bei dem Hotelkomplex. Ich wette mit euch. Früher oder später können wir hier eine Straße bauen. Okay, da hinten wird das Haus gebaut. Ja, also das bietet sich doch hundertprozentig an für noch eine Straßenbauauftrage. Vielleicht wieder in fünf Abschnitten. Ich weiß es nicht. Aber das bietet sich doch auf jeden Fall an. So, dann springe ich gerade nochmal hier zurück zu irgendeinem unserer Fahrzeuge. Das Fahrzeug ist derzeit nicht verfügbar oder voll besetzt. Okay. Ich denke mal, der Bagger steht auf einem Auflieger drauf und ist gesichert. Und deswegen kann ich da wahrscheinlich nicht einsteigen. Ja, hier gibt es dann auch noch einen Hausbauauftrag. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. So, den müssen wir noch zur Seite schaffen und den Teleskoplader. Den können wir auch per Schnellreise dahin. Dann bereiten wir quasi gerade einen Auftrag vor und den anderen arbeiten wir gleich ab. Ratz-Ratz. So, ich packe ein bisschen weiter hinten wegen der Palettengabel nicht, dass da noch jemand dran fährt. So, da kann ich wieder nicht rein. Das ist das. Dann steige ich mal hier ein. Dann fahren wir den LKW noch zur Seite. Okay, da fließt schon mal ein Auto. Oder da fährt schon mal ein Auto entlang. Die Bordwände schließe ich hier auch gerade mal bei dem. Die Betonpumpe bringen wir gleich auch zum nächsten Auftrag. Den hier... Ich glaube, den brauchen wir gar nicht aktuell. Den können wir theoretisch... Den fahren wir gerade mal zum Firmengelände. Die brauchen wir aktuell eigentlich gar nicht. Ich denke nicht, dass wir da mit irgendwas ausbaggern können bei dem nächsten Auftrag. Deswegen fahren wir direkt. Wir bringen den direkt mal weg. Der darf hier 40 kmh fahren. Der hat auch Blinker und alles Mögliche vorhanden. Also denke ich mal, darf der auch auf die Straße, auch wenn er kein Nummernschild hat. Wundert mich ein bisschen, aber... Ich weiß nicht, brauchen sie Baumaschinen, wenn die auf der Straße fahren, auch ein Nummernschild? Ich denke mal schon, aber... Eigentlich... Wow, geile Aktion. Eigentlich kann man das Fahrzeug ja auch gut durch den Firmennamen drauf dann immer identifizieren in der Realität. Aber klar, ich denke mal, wenn die auf der Straße fahren wollen, brauchen die bestimmt irgendeine Kennung gegen den Nummernschild. Da bin ich mir fast sicher. Aber bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, ist auch mal was Doofes passiert. Und zwar die eine Nachbarfirma quasi obendran, das war so Landschaftsgartenbau oder was weiß ich. Die hatten bei der Firma neben uns, also bei einer Metallbaufirma, Zaunteile bestellt. Ja, und da sind die auch mit dem Radlader hingefahren. Haben das alles nur vorne draufgeschmissen auf dem Radlader, auf so eine Palettengabel. Und wie es der Zufall so will, die sind aus der Einfahrt rausgefahren bei dem Metallbau und hatten das nicht gesichert gehabt. Und das ist alles von der Palettengabel runtergefallen und hat das Auto vom Chef erwischt. Ja, hat die Stoßstange durchschlagen und, und, und. Man konnte nur froh sein, dass in dem Moment niemand dran vorbeigelaufen ist. Weil wenn das schon so eine Auto, die Stoßstange durchschlägt, diese Stangen, dann kann man sich denken, was da doch für eine Wucht dahinter gewesen wäre, wenn das einen erwischt hätte. War aber auch nur das einigste Auto, was ziemlich demoliert war. Ähm, und dieser Radlader hat da auch kein Nummernschild, keine Kennung, nix drauf. Ja, weil ich denke mal, der wird nur für eigentlich Firmengelände gedacht gewesen sein. Wenn sie sich gedacht haben, okay, so um die Ecke, fahren wir einfach mal mit dem Ding hin. Ähm, ja. Ich meine, abhauen war nicht. Jeder hatte den Krach gehört, jeder hat gewusst, zu wem der Radlader gehört. Aber, ja, theoretisch halt dumm gelaufen, weil das Ding eigentlich keine Straßenzulassung hatte. Ich weiß auch nicht, wie das ausgegangen ist, oder keine Ahnung. Ähm. Sehr ärgerliche Sache auf jeden Fall. Deswegen denke ich mal, wenn auch so Fahrzeuge halt auch normalerweise ein Nummernschildpflicht haben, damit man nachweisen kann, was für ein Fahrzeug das genau war und wer damit vielleicht gefahren ist und so weiter und so fort. Zu welcher Firma das gehört? Ich meine, bei den meisten Firmen steht eigentlich irgendein Firmennamen auf den Fahrzeugen drauf. So könnte man das theoretisch identifizieren. Aber, ist halt nicht eindeutig. Ist halt nicht eindeutig. Okay, haben wir auch noch eine Baustelle. Da kommt bestimmt auch noch irgendein Haus hin, oder so. Bin mir auch ziemlich sicher. So, dann haben wir das Fahrzeug auch schon mal da. Der blinkt links, warum auch immer, vor uns. Dann haben wir das Fahrzeug auch schon mal da. Können wir auch schon mal ein bisschen Beton gießen. Vielleicht nutze ich aber mal wieder den Kübel dann hier bei dem Hausbau. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ihr wisst ja, ganz große Kübelliebe. Ähm. Ich schaue jetzt nochmal nach, wie hier die Straße aussieht, ob die jetzt soweit frei ist. Und wenn die frei ist, dann fahren wir mit unserem Schwarzdeckenfertiger mal zur... zur Straße hin, die neu gemacht werden soll. Beziehungsweise, ups, jetzt habe ich gerade was Falsches gedrückt. So. Verkehrsstraße. Den Auftrag würde ich jetzt gerne erstmal verfolgen. So, ansonsten ist die Straße hier aber frei. Wir haben noch den fetten Bagger da rumstehen und so weiter und so fort. Hier haben wir noch einen Bagger rumstehen. Ähm. Da vorne müsste irgendwas der Schwarzdeckenfertiger mitten auf der Straße stehen. Jawohl, da ist er. Da ist er. So, den bringen wir jetzt zur Straße. Ah, wir sollen doch Asphalt fräsen, sehe ich gerade. Das stand halt in der Beschreibung da drinnen, nur Asphalt auftragen. Hätte mich aber auch echt gewundert, wenn die anderen Schritte alle gefehlt hätten. Die Straße sieht aber auch echt schäbig aus, die hat es bitter nötig. Ja gut. Das ist natürlich jetzt nach hinten losgegangen. Ich habe mich echt schon gewundert, dass da nur Stand Asphalt auftragen. Dass eine andere Firma kommt, fräst den Asphalt ab. Ja, lässt uns dann Asphalt auftragen und dann kommt sie wieder und walzt das ganze Blatt. Hätte mich auch schon irgendwie gewundert gehabt. Ähm, aber gut. Wir haben auf jeden Fall die Maschine schon mal hier. Die andere Asphaltfräse, die haben wir unten auf dem Firmengelände. Ich lagere die gerade mal ein, lagere die mal aus. Dann brauchen wir theoretisch den Multi-Auflieger dafür, um die herzubringen. Ich weiß nicht, ob wir den holen wollen oder ob ich jetzt einfach eine Schnellreise mal hierher mache, die paar Meter. Wir können auch theoretisch die paar Meter hinfahren, aber dauert halt ein bisschen länger. Ähm, ich bin aber gerade mal für Schnellreise. Ich bin mal für Schnellreise. Tragen wir es ab. Dann geht es auch schon weiter mit dem Asphaltieren. Da haben wir die Maschine schon hergebracht. Und dann nur noch Blattenwalzen. Ich frage mich nur gerade, wo dieser Straßenabschnitt losgeht. Ich glaube, mit viel Fantasie sieht man hier so einen kleinen Übergang. Bin mir aber nicht sicher. Fräsen ausgeschaltet. Ich muss mich jetzt rantasten, wo es hier losgeht. Okay, hier auch noch nicht. Alles klar. Aber die Straße ist doch da auch kaputt. Wo geht es denn dann los? Hilfe! Ich habe keine Ahnung, wo es hier losgeht. Das gibt es doch nicht. Ja, hier ist die Straße ja komplett im Arsch. Da muss es aber doch losgehen. Ja, und wo ging es jetzt genau los? Okay, hier geht es los. Ja, klar. Hätte man auch einfach so erkennen können. Alles klar. Ja, nochmal Fräsen aus. Ich positioniere mich jetzt erstmal nochmal gescheit. Ich finde es halt immer komisch, dass diese Straßenbauaufträge nie abgesichert sind. Ja, die Straßen sind immer frei befahrbar eigentlich. Ich meine, es fährt niemand entlang, was ist vom Spiel so geregelt. Aber es sieht halt komisch aus, wenn du so eine Straße hier komplett aufreißt und dass nicht mal ein Bahnschild dastehen. Keine Baustellenabsperrung, nichts. Ist jedes Mal wieder ein bisschen verwunderlich für mich. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? Was will man machen? Ja, das ist quasi der Schritt, der demnächst wieder bei uns auf der Autobahn stattfindet. Beziehungsweise nächstes Jahr. Die neue Asphaltschicht direkt wieder abfräsen. Um es dann nochmal neu zu machen. Auf großen Kosten der Steuerzahler. Ein von der Autobahn hat doppelt gemacht. Warum nicht? Warum nicht? Wenn es nicht das eigene Geld ist, kann man ja sowas machen. So, wie weit muss ich fräsen? Wann ist es gut? Wann ist es nicht gut? Ich denke mal, hier vorne ist es noch ziemlich kaputt. Dann sehen wir da so einen kleinen Übergang. Da könnte ich mir decken. Endet es wahrscheinlich hier. Ja, tatsächlich. Gut, ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge damit weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst es dann bewerten. Da vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und gerne auch dem Discord-Server beitreten. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Euer Tommi. Tschüss.